Hallo bei Eiborg, wir sind heute zu Besuch bei Nico Neuwirth in der Guter Straße 294. Ihr kennt wahrscheinlich die Frankfurter Candy Location, vielleicht hier war früher das Space Place. Und jetzt das Tanzhaus, das schöne Milchstackgelände. Das Tanzhaus, genau. Und die Landungsbrücken, unser netter Nachbar. Nico steht neben mir und führt mich ein bisschen durch sein Studio. Und vorgucken wir uns hier mal ein bisschen um in dem Hof, oder? Bitteschön. Wir laufen gerade aufs Milchstackgelände, ist glaube ich in der Stadt gut bekannt. Vom Tanzhaus und vor allem auch von den Landungsbrücken. Und jetzt seit neuestem, seit ein paar Monaten hier das Studio 204. So, hier ist Nicos Studio. Genau, hier unten seht ihr ein paar Arbeiten von ihm. Das ist hier so ein mobiler Raum. Wir haben vorhin hier noch ein bisschen gefrühstückt hier in der Ecke. Erzähl mal Nico, was ist dein Schwerpunkt? Mein Schwerpunkt ist Fotografie, Menschenfotografie. Was man hier gerade auf dem Boden sieht, ist meine neue Ausstellung, die jetzt am Freitag geöffnet wird. Das ist ein Reiseprojekt, was sich Face in Europe nennt. Ansonsten arbeite ich eher als Auftragsfotograf, Werbung und Mode. Mach viele Musiker und generell Künstler. Das sind so meine Schwerpunkte. Produktfotografie ist nicht mein Ding. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Genau, nein. Also das ist auch in der Fotografie eigentlich so. Das hat nicht viel mit Technik zu tun, sondern mit Charaktereigenschaften. Also ich kann gut mit Menschen. Produkte, die da so liegen, das ist nicht mein Ding. Okay. Das hat sich auch in den letzten Jahren sehr stark so auskistanisiert. Also ich fotografiere sehr, sehr gerne und überwiegend Menschen und mittlerweile auch so ein bisschen das Drumherum. Also so ihre Umgebung und das sieht man vor allem jetzt auch an diesem Face in Europe Projekt, denke ich ganz gut. Erzählt mal, Studio 294, was macht ihr da genau? Es geht irgendwie um Events, habe ich mitbekommen. Studio 294 ist ein Raum, in dem einmal im Monat ungefähr eine Veranstaltung stattfindet. Das kann eine Ausstellung sein, ein Konzert, eine Performance, ein Workshop oder eine Kombination aus allem. Und den Raum kann man auch für Shootings in Anspruch nehmen. Okay. Man kann ihn auch mieten für andere Zwecke. Was ist für euch der Anlass gewesen, das so zu machen mit den Events? Was ist euer Ziel des Ganzen oder worum geht es euch dabei? Das sage ich mal die Antwort. Das war vorher ein reines Protostudio und wurde auch wirklich nur als solches benutzt. Und es gab letztes Jahr einen Wechsel und mein Impuls war damals, dass ich auf jeden Fall eine Gemeinschaft wollte. Also ich wollte mit vielen Leuten arbeiten und wollte so dieses brodelnde Leben, dass viele Dinge passieren. Und habe mir dann quasi die richtigen Leute dazu. Genau. Fühle an Bekanntschaften, die wir haben von Künstlern und Kreativen und die Knappheit an Räumen, sozusagen. Okay. Im Frankfurter Raum. Die hat uns dazu einfach getrieben. Okay. Und habt ihr eine Website, wo ich gucken kann, wann was stattfindet? Tuto294. Tuto294. Tuto294.de Okay, dann schauen wir nach. Gerne. Dankeschön. Ciao. Ciao.